So, servus ihr Typpelklatscher und willkommen zu einem neuen Video. Wie sie so anders seien, da wird der Herr Justus wieder einmal vergessen ihn draufzunehmen. Darum mache ich das jetzt im Nachhinein. Ja, also da wird der Herr Leon, den sich genau jetzt eingeblendet sehen. Ich schwöre ich würde mich so dafür hassen, aber es ist mir egal. Und ich sind zusammen auf einen Trail gefahren und haben dann sozusagen aus beide Sichten gefilmt. Deswegen wollte ich mich mit meinem Leon noch einmal bedanken, dass er mir bei dem Video geholfen hat. Seinen Channel findet ihr natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Und jetzt würde ich sagen, wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Also, das habe ich natürlich alles für's dry aufgenommen. Ich seh nicht, als hätte ich das gerade 150 mehr aufgenommen. Das ist natürlich alles für's dry gegangen. Au! Fohlen die Knie rein gezogen. Boah, fuck, Alter, das ist ein scheiße Bad, Alter. Von mir hinten. Sorry für das Knacken. Aber mein Rad ist scheiße. Der fahrbar ist hinig. I think. So, geht los. Jetzt schaust du und der fahr wirklich vor mir. Was hat er? Verkauft es zum Rucksack. In welches Fachl? In die große. Also, it's the rig dance. So? Oh, ist zu wo die Hütten. Oh, ist zu wo die Hütten. Dann gehen wir so. So geht's nicht über Pien, Junge. Oder wo? Dann gehen wir so. Ja, ich weiß nicht. Oh shit Halt, dich rauschli Ich bin mal kurz vor dem Weg angekommen Lassig Ich bin mal kurz vor dem Weg angekommen Geht weiter? Ja Oh, geil Ja Ja Ich komm nicht auf die bitte, Junge Wohin, wohin, wohin Ja, halt dich loschen Ja, ich weiß es nicht Oida, halt dich loschen Das hab ich jetzt nicht angesehen Oh geil, genau eingefahren Halt dich loschen Halt dich loschen Havi, das ist Downhill, Junge Oh Jungs, das ist Sport Halt dich Oh Nur am Stöhnen Nur am Stöhnen, Junge Geil Junge, du bist die höhere Zeit nur am Bremsen Stark Hup Hup Das ist ausstrengender Wie bergauf fahren Hup Arme Leon, ich will ja nicht zu nahe treten Aber der Trail wäre rechts weiter gegangen Und nicht mittendurch Ich fette es auch in der Mitte durch Hup Also irgendwie lernts das auch nicht, was fissen oder aufhörst Hup 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 Lern hast dich grad nimmer auskennt, oder? A Hup 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 Ich weiß es ist unstrengend Ah f*** Junge Da sind ein paar mal reingefahren Geil, Leute! Ich bin mal von einem Armand geflogen F***, ich muss es mir gar viel gerne in einem Armand nehmen Justin professionell am Ketten reparieren Broken item, fixed Ja! Also das war mein Prunftschrei Ich demonstriere euch das jetzt an einem Hirsch Ich glaube der Hirsch hat sich ziemlich erregt gefühlt von meinem Schrei Muss ich sagen Heute groß schneidet das geil Ah f*** wieder, da geht es noch nicht da oben Ich schwör mein Fahrball ist am Limit Junge mein Fahrball ist am Limit Er gehört einmal eingefettet oder wer sitzt Junge Bro das ist die ärgste Strecken Was Händ betrifft Junge warte, ich kenne mich da überhaupt nicht aus Ich weiß nicht was da hingeht Junge Irgendwo ist jetzt ein richtig harter Rob Der ist ja da glaube ich Leon springen wir da hin Halt die Graschen Ich werde jetzt von weit Springst du das? Probieren Du probierst So Ich glaube das schaffen die auch Das erste Mal Weiter oder? Ja Ja geil Fertig ist geil Fertig ist geil Schraubes auf Pah Ich habe schon langsam einen Krampf in meine Hände Jetzt sind sie echt Wow Junge du kannst halt keine Sekunden locker lassen Halt die Graschen Ja Halt die Graschen Halt die Graschen Halt die Graschen Junge Geil Juuu Das sind ein paar meine Gäste Was? Ziel? Was? 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 Ziel? Chance? Warte Ziel Ziel Für den ersten Teil Für den ersten Teil Gell? Toter ist er Oh Gott Fotofotutscht Junge Junge ich schwöre es dir Ja Ja ok der geht nicht Halt die Graschen Halt die Graschen Fühls weit gekupft Junge Den Part kennst du sicher schon aus dem letzten Teil von Jackson in seinem Video Ist der Scheiße Ein bisschen abgum Junge ich siehst es Manche schön Fühlt zu trocken so zeitig Geil Mann! Ich hab gesehen, dein Daido kennt sicher schon von Chasse in seinem letzten Video mit der Scheiße. Das wird jetzt eingeblendet. Oh, f**k! Verschubung! Komplettt verschoben! In one foot! Halt die Grosche! Halt mal, Alter! Jetzt zeig eben die letzten drei Sprünge. Ich fahr meine Special-Line. Deine Special-Line fährst du immer. Machen wir einen Train. Die Special-Line muss ich nochmal fahren. Die habe ich gerade versemmelt. Keine davon hoppen lassen, Junge. Dass ich die gute Special-Line einfach verkackt habe, Junge. Jaaa! Man hört nicht vom ganzen Trail-Lober, glaube ich. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.